Okay, hmmm... Tun tun die mir jetzt gerade nichts, oder? Warum auch? Kennen mich ja nicht. Hey, ich hab gerade einen Kremptner durchgelassen. Die Papiere waren in Ordnung. Das Sicherheitsbüro wirklich sämtlich eingehen. Halt! Ja, ich geh zurück, ich geh zurück, ich geh zurück. Ich geh zurück, ich geh zurück. Um. Ähm... Okay, damit es kein Vogel zu locken. Achso. Woa, kommt wieder so. Oka einfach mal das noch. UNTERTITELUNG Okay so, okay 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 ach da komme doch schnell yere zu Was ist der Klempner oder was? Hey! Da stimmt was nicht! Ich bin unterwegs! Hier spricht die Polizei! Ist da jemand? Ne, ist noch ein Benzinkernis da drüber. Kleine Auge. Ich bin bewacht, das Gebäude ja. Wahnsinn. Aber er sagt auch, dass man hier leicht reinkommt. Das wäre ja ein bisschen doof. Ich bin unterwegs rein. Okay. Ja, 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 ja. Ich könnte hier drüben mal rein. Ich würde mal kommen. Was ist denn hier? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Er ist ja nicht derjenige, der die Scheiße in den Schuhe leitet. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Entschuldigung? Okay, da ist immer ein Klempner. Was ist denn da? Wo kann man denn hier hin tun? Achja. Was ist denn da? Oh, Alter. Lix die U-turn! Ich könnte ihn auch wieder anschalten. Ne, kann man nicht. Alter, stirbt das hier? Oder ist das gerade wieder ein Grafikfehler? Ja? Hm, gut. Ist alles klar. Wo bin ich jetzt? Ja, ich hab mal von so nem Straßenfest gehört. Die Leute haben sich besoffen und überlebt gepisst. Da sind die Keller voll gelaufen und plötzlich war alles voller Pissung. Okay. Du weißt. Da ist endlich geregnet und die Krise ist wieder hochgekommen und hat das Flinkwasser versorgt. Ja, und wie mein Ophel. Da steht ja jetzt weiter an das Grundstück alles noch hier oben 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 oben. Die Höhe. Ach ja, der klemmt noch. Was? Ich kenn mich jetzt hier? Nein. Ja, ist in Ordnung. Hey Sie! Die Verkleidung funktioniert nicht. Ja! Hey! Hey! Mal an! Wir haben hier ne Leiche, aber keine Spur vom Tetis. Wir sehen uns doch mal an! Ja, das ist doch mal an! Nein, 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 nein! Was den? Jungs! Auf Polizei! Oh! Eine Leiche war das jetzt aber auch nicht gleich. Haben Sie diese Roboteraffen da oben gesehen? Sie haben genug Waffen um den Dritten Weltkrieg auszulösen. Wenn Sie mich fragen, wäre ich lieber draußen im Regen. Definitiv. Verdammt! Mann, reg dich ab! Wo soll ich denn hin? Sagen Sie mir nicht, ich soll mich entspannen! Ich kenne meine Rechte, okay? Und es gibt Leute, die mir im Nacken sitzen, weil ich hier nicht weg kann! Sucht, doch! Hallöchen! Oh, tut mir leid, ich hab Sie mit jemandem verwechselt! Wohin kann ich denn? Oh! Entschuldigung, schnell hoch! Hallo! Hallo! Was ist denn das hier überhaupt? Oh, gut! Hm. Komm her, TV-Forkladen! TV-Forkladen! Oh, gut! Ah! Okay, wir wollen mal gucken, wie weit ich hier mitkomme! Lauf ich da jetzt rein? Nein! Nein, darf ich nicht! Ey! Ach, ja! Noch mal gucken! Schlampe! Schlampe ist schuld, dass wir nicht nach oben dürfen! Nicht mal der Boss darf da rauf! Niemand außer der Titten aus da drüben! Mal ehrlich, wie soll ich da meinen Job machen? Vielleicht darf ich ja rauf, wenn ich mir meine Gummimöpze umschnalle! Ja! Dann schönn Sie! Sind so primitiv! Das gefällt mir! Haben Sie jeder oder danach gedacht, ans andere Oberzuwerden? Ja, netzheitsgeneral ist personalisiert und einsichtbar nach einer Überbrückung! Das finden Sie schlimm? Mein Hund ist alleine da oben! Hm! Hat inzwischen vermutlich alles auf den Kopf gestellt! Und ähm, wo wirst du heute Nacht schlafen? Keine Ahnung! Erst hab ich versucht, bei meiner Schwester auch noch zu sorgen! Schönen Tag noch, Sir! Da komm ich ja hier rein! Da ist der! Da ist der! Da ist der! Ja! Hier geht's auch noch einen! Hm, hier hat man einen! Grüße! Hier hat man einen zum umziehen! Und den hat man auch noch! Sollen wir uns den schnappen? Ja, was brauchen wir jetzt? Wie zu schleppen? Hier kann man loswerden! Nein, nein, nein! Boah! Das war knapp! Ach Mensch, stell die doch schnell noch rein! Ja, damit kann ich jetzt gar nicht umgehen! Ich ruf die Polizei! Nein, 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 nein! Nein, nein! Misch doch! Scheiße! Komm! Komm! So farg geht, da ist der Ferd! Oh, nein! Was soll denn die Scheiße? Wo ist das? Das ist doch kacke Einer ist noch da Ich möchte die alle verstecken oder nicht? So Meine Fresse, das ist auch immer so was passiert Es gibt auch tierisch so was passiert Ich hoffe, das ist noch hier Beste in die Schöne Das ist mir lecker Wie ist die Schöne? Das ist der Schöne Ich bin hier dran Ich bin hier drin Die Schöne ist nicht ig